5, 6, 7, 8 Jetzt bin ich dran Nein Oh ja War schon Nein Am Anfang Nein Oh ja Hallo meine Lieben und willkommen in Ilias Welt Die Corona-Zeit neigt sich dem Ende zu Und alle sind ein bisschen schlapp und faul geworden Und das letzte Mal Wartet Und das letzte Mal habe ich euch ja von unserer neuen Serie Ilias Welt Energy erzählt Die neue Sport-Kollektion Hier seht ihr Das gibt es jetzt alles in unserem Shop Sogar die Hose Und neue Socken mit Ilias Welt Energy Also jede, jede, jede Menge Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen Und ich habe mir gedacht heute Also wir haben uns gedacht Das perfekte Wetter ist heute Um wieder mal Sport zu machen Und die Abel und ich haben uns nicht alleine in Schale gelegt Denn wir sind heute in Ilias Welt Energy Outfit Mit der ganzen Familie Und deswegen gibt es von uns heute das lang erwünschte Familienturnen Also Familienturnen Teil 2 Und zwar diesmal auf Rollschuhen Warum hast du keine Ahnung? Es gibt ja da keine mehr Was soll ich sagen? Das funktioniert diesmal so Jeder hat einen Musiktitel und darf dazu Seine Lieblingsübungen machen Irgendwelche Übungen machen Hallo mein Schätzchen Machst du heute auch mit? Okay, die Ari will anfangen Go Bibi Lass mich alle ran tauschen Die anderen Die anderen So, jetzt bin ich dran, okay? Okay, der Neas hat sich jetzt auch zu uns dazu gesellt. Wir können auch wieder spielen. Ja, später, Baby. Okay, gut. Ari ist unser DJ. Go, Ari, play! Ari, los! Start machen wir Ausfall nach vorne. Ausfallschritt nach vorne. Und zwei ... eine unmittelbarugu жизнь. also falls ihr auch rollstuhlfahrt oder eiskunst laufen oder irgendwas ist es super für die oberschenkel für die muskeln das geht ganz schön rein mit den mit den händen die füße berühren ich rufe weiter raus meine übung ist ein bisschen schwieriger aufpassen bis auf dem boden gehen die knie zu den bachchen das ist zu schärflich aber es geht irgendjemand irgendwie mit den stoffern das geht aufs sixpack das geht 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 Nein, nein! Not Amo? Er du gern? Er du gern? Komm her! Komm her! Jaa! Nein, nein! Waren uns der Superfamilienturnen? Ja! Also Leute, wir hoffen, ihr hattet mega viel Spaß beim Zuschauen. Und ohne Witz, die meisten Übungen waren wirklich super Übungen für Muskeln. Also probiert das gerne mal aus. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und schaut auch gerne bei unserem Shop vorbei, denn da gibt es jetzt die neue Ilias Welt Energy Edition. Also schaut gerne mal vorbei. Und falls ihr ein super süßes Corona-Musikvideo sehen wollt, dann schaut euch gerne unser neues Musikvideo an. Und das wird jetzt gleich nochmal eingeblendet. Bis bald! Tschüss! Übrigens, die CD zu unserem neuen Song RESTART gibt es jetzt auf iliaswelt.shop. Natürlich ist das Cover von uns allen handsigniert. Und dazu gibt es auch noch coole T-Shirts. Schaut vorbei! Bis bald! Tschüss! 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 Vielen Dank.